Chaitanya wandert nochmals nach Bengalen. Chaitanya Charit Amrita, Madhya Lila, 16.2-145, 16.3-147. Prabhu möchte nach Vrindavan aufbrechen. Der Sohn ist traurig. Auf seinen Wunsch bitten ihn Sarvabhoma und Ramananda, es noch aufzuschieben. Und es wird das ganze Jahr aufgeschoben, bis die Zeit kommt, da die Bhaktas aus Gauda wiederkommen. Nityananda kommt, obwohl Prabhu ihm gesagt hat, er solle in Gauda Prima Bhakti verbreiten. In diesem Jahr kamen auch alle Frauen der Vaishnavas. Prabhu sagt zu Nityananda, Vernimm, o Sri Pada, sei so gut und erfülle das, worum ich dich bitte. Komme nicht jedes Jahr nach Nila Chala. Bleibe in Gauda und erfülle meinen Wunsch. Führe das aus, denn ich sehe niemanden anderen. Mein schwer erfüllbares Tun kann nur durch dich geschehen, Nityananda sagt. Ich bin der Leib, du das Leben. Leib und Leben sind nicht getrennt. Doch durch deine unausdenkbare Shakti bringst du es fertig. Das Leib und Lebensatem an zwei verschiedenen Orten sind. Dreimal bereits sind die Bhaktas aus Bengalen zum alljährlichen Wagenfest nach Puri gekommen. Immer wieder wird die Pilgerfahrt nach Vrindavan aufgeschoben. Prabhu bittet Sarvabhoma und Ramananda, nachdem er sie umarmt hat, mit zarten Worten. Ich habe große Sehnsucht, nach Vrindavan zu gehen, konnte es aber nicht wegen eurer liebevollen Gewaltanwendung. Ich werde sicher gehen, gebt mir eure Zustimmung, denn ohne euch beide schaffe ich es nicht. In Gauda habe ich zwei Dinge, die meine Zuflucht sind, die Mutter und die Ganga. Ich werde über Gauda gehen und sie alle sehen. Seid beide so gut und gebt mir die Erlaubnis. Die beiden hören das und überlegen. Es tut nicht gut, gegenüber Prabhu zu viel Gewalt anzuwenden. Beide sagen. Die Regenzeit hat eingesetzt. Du kannst jetzt nicht gehen. Aber beim Siegesfest Ramas im Herbst kannst du wirklich gehen. Als Prabhu in der Hauptstadt Kathaka angekommen ist, benachrichtigt Rai Ramananda Pratapa Rudra. Pratapa kommt, fällt zu Chitanyas Füßen, fällt wieder nieder, ist hilflos, in vertraulicher Liebe, singt ein Preislied, seine Haare sträuben sich, er weint. Prabhu ist zufrieden mit seiner Bhakti und umarmt ihn. Pratapa preist ihn von Neuem, beugt sich wieder nieder. Prabhu badet seine Gestalt in den Tränen des Königs. Rai beruhigt Pratapa und veranlasst, dass er sich niedersetzt. Prabhu erweist ihm Gnade mit Leib, Geist und Wort. Der Goldenglänzende erweist ihm solche Gnade, dass er seither Schützer Pratapa Rudras heißt. Er verabschiedet den König. Dieser lässt an allen Orten Anordnungen für die Unterkunft Prabhus in neun Häusern treffen. Fußnote 521 Gott soll nicht in Häusern wohnen, die für andere Zwecke angewendet wurden. Ausnahme Das Haus eines Bhaktas ist sein Haus. Und er gibt weiterhin die Anweisung, dass ein Boot am Fluss bereit gehalten werde und eine Säule zum Zeichen des großen Festes, in Klammer des Aufenthalts Mahapabus, errichtet werde. Dort will ich immer baden und dort möchte ich sterben, sagt der König. Die Frauen des Königs sehen Prabhu aus der Ferne von einem Zelt auf einem Elefanten und grüßen ihn verehrend. Durch Prabhus Anblick werden sie alle von Prema erfüllt, rufen Krishna, Krishna und weinen. Man weiß von niemandem in den drei Welten, der so gnadenvoll barmherzig wäre. Denn selbst sein Anblick aus der Ferne führt zu Krishna Prema. In dem folgenden tief vertraulichen Streitgespräch der Liebe weiß sich Chaitanya als Gopinata, der Herr der Gopis, das heißt Krishna von Vraja, Gadhathara weiß sich als Radha, die voll Verzweiflung ist und zürnt, als Krishna sie verlässt. Als Gadhathara Pandit mitkam, verbot es ihm Prabhu. Gib das Gelübde im Weiherkreis von Puri zu bleiben nicht auf. Der Pandit sagte, wo du bist, da ist Nila Jala, Puri, möge mein Gelübde zur Hölle fahren. Prabhus sagte, tue im Gopinat-Tempel von Puri den Dienst für Gopinat, Krishna. Der Pandit sagte, der Anblick deiner Füße ist millionenfacher Dienst. Prabhus sagte, wenn du den Dienst aufgibst, wird die Schuld mir zufallen. Bleibe in Puri, tue mir den Gefallen. Der Pandit sagte, möge alle Schuld über mich kommen. Ich gehe nicht mit dir zusammen, sondern allein. Ich werde gehen, um die Ai, in Klammer die Mutter Chaitanyas, zu sehen und nicht um deinet Willen. Ich allein trage die Schuld für den Bruch des Versprechens, Gopinat, zu dienen. Damit ging der Pandit allein weiter. In Kathaka ließ Prabhu ihn rufen. Der Prima des Pandits zu Gauranga lässt sich nicht verstehen. Er brach das Versprechen, Sri Krishna zu dienen, als ob es ein Strohhalm wäre. Prabhu war innerlich mit seinem Wandel zufrieden, nahm ihn bei der Hand und sagte im Zorn vertraulichster Liebe. Du begehrst deine eigene Freude und willst bei mir bleiben. Damit gehen deine beiden Darmes zunichte. In Klammer das Gelübde und der Dienst im Gopinat-Tempel und ich habe das Leid. Wenn du mein Wohl willst, dann gehe nach Nilachala und beschwöre dich. Damit bestieg Mahaprabudas Boot und der Pandit fiel ohnmächtig auf die Erde. Prabhu hatte Sarvabhoma die Anweisung gegeben, Gadathar Pandit nach Puri zurückzubringen. Bad Acharya Sarvabhoma sagte zu ihm, steh auf, das eben ist Brabus Lila. Beide gingen in Kram nach Nilachala zurück. Zuletzt sendet Chaitanya auch Rai Ramananda, der ihn am längsten begleiten durfte, heim. Nach langer Wanderung und Bootsfahrt trifft Prabhu in Bengalen ein, ohne dass jemand von seiner Ankunft weiß. Chaitanya Bhagavata Shishakanta 3 Gauranga Sundara geht zum Hause von Sarvabhomas Bruder zu Vidyapati Vajaspati und kommt dort ganz plötzlich an. Vajaspati fällt zu seinen Füßen, er ist von der plötzlichen Ankunft verwirrt und kann kein Wort hervorbringen. Prabhu kündigt an, dass er die Absicht habe, nach Matura zu gehen, dass er hier in der Ganga baden wolle, einsam bleiben wolle. Vidya Vajaspati solle ihm einen stillen Aufenthaltsort anweisen. Vidya Vajaspati stellt ihm sein ganzes Haus zur Verfügung. Er ist zufrieden und bleibt einige Tage dort. Doch wie man den Sonnenaufgang nicht verheimlichen kann, so kann man Chaitanyas Aufenthalt nicht verheimlichen. Alle Wege sind voller Menschenmassen. Zweige, Bäume werden niedergerissen. Niemand empfindet Leid vom harten Weg. Die Pfade voller Dornen und Gebüsch werden zu glatten Wegen. Alle rufen, Harry, einige, seine Füße will ich ergreifen, um Freiheit von Bindung bitten. Wenn ich ihn bloß sehen darf, das ist genug. Wozu noch etwas erbitten? Ich wusste nicht, wer er ist. Ich wusste nicht, wer er ist und lästerte ihn. Jetzt will ich die Lotus seiner Füße ans Herz nehmen und frei werden von allen Sünden. Oh, ich werde bitten, dass mein Gatte sich den Lotus in seiner Füßen zuwendet. Die Massen kommen am Kea-Gad an. Tausende in einem Boot. Es sinkt unter. Doch alle kommen wohl ans andere Ufer. Die Hari-Rufe der anrückenden Millionen schallen nach allen Seiten. Da kommt er aus dem Hause heraus, tief zufrieden mit den Rufen, Hari, Hari. Und Prabhu tanzt, Nityananda tanzt. Er, den die Wieden bloß zu sehen begehren, können. In Klammer und nicht erlangen. Er tanzt hier, allen diesen Massen sichtbar. Devananda. Der Pandit Devananda kommt, der einst, als Prabhu als Hausvater in Navadvip lebte, nicht zu ihm kam, weil es ihm an gläubiger Zuversicht fehlte. Fußnote 522 Einstmals hatte Chaitanya ihn öffentlich hart gescholten, da er es gewagt hatte, das Bhagavatam, dessen Wesen Prima Bhakti ist, ohne Bhakti zu erklären. Nachdem Prabhu Sanyas genommen hatte und fortgegangen war, hatte Devananda das große Glück, die Gesellschaft des Vakreshwara Pandit zu erhalten, der dem Chaitanya sehr lieb ist. Gaurajandra sagt zu Devananda, Du hast den Vakreshwara gedient, deshalb bist du heute gekommen, um mich zu sehen. Vakreshwara Pandit ist Krishnas volle Premashakti. Wer Bhakti zu ihm hat, der kommt zu Krishna. Devananda hörte die Worte und pries ihn mit gefaltenen Händen. Doch habe ich noch eine große Bitte an die Lotuse deiner Füße. Sage mir, Prabhu, was ich tun soll. Selbst unwissend nehme ich das Werk des Allwissenden, das Bhagavatam, und lese es und erkläre es. Doch wie soll ich es erklären, wie soll ich es lesen und vortragen? Bitte, Prabhu, sage mir das selbst. Da sagte Gaurajandra Bhagavan, die Größe des Bhagavatam beschreibend. Vernimm, o Brahmane, erkläre das Bhagavatam so, dass du außer Bhakti nichts in deinen Mund nimmst. Das Bhagavatam sagt am Anfang, in der Mitte und am Ende, Vishnu Bhakti ist ewig. Von Ewigkeit her unvergänglich, unveränderlich. Fußnote 523 Vishnu Bhakti im Sinne von Bhakti zu dem von Zeit und Raum unbegrenzten, gestalthaften Gott, Vishnu. Vishnu Bhakti ist die volle Shakti Gottes. Sie ist wahr, solange es Universen gibt, und wenn die große Welt auf Lösung erfolgt, dann bleibt sie allein wahr. Narayana gibt Befreiung, Moksha. Doch hält er die Bhakti verborgen. Ohne Krishnas Gnade kann man nicht wissen, was Bhakti ist. Im Bhagavatam wird gesagt, was das Wesen der Bhakti ist. Deswegen ist kein Shastra dem Bhagavatam gleich. So wie die Avataras, Matsya, Kurma und so weiter, nicht geboren werden und sterben, sondern bloß sichtbar werden und unsichtbar werden. Genauso ist das Bhagavatam ewig, von niemandem gemacht. Aus sich selbst erfolgt sein sichtbar werden und unsichtbar werden. Es ist nur durch Krishnas Gnade, dass durch Bhakti-Yoga das Bhagavatam auf der Zunge des Vyasa aufleuchtete. So wie sich das Wesen Ishwaras nicht verstehen lässt, so ist es mit dem Bhagavatam. Wer sich unwissend weiß und beim Bhagavatam Zuflucht nimmt, der erhält Einsicht in den Sinn des Bhagavatam. Das Bhagavatam besteht ganz aus Prema, so wie Krishnas Gestalt und in ihm werden die verborgenen Krishna-Spiele ausgesprochen. Veda Vyasa hatte bereits den Veda und die Puranas ausgesprochen und doch war sein Herz zutiefst unzufrieden. Als dann das Bhagavatam auf seiner Zunge aufleuchtete, da war sein Herz zugleich voll gnadenvollem Frieden. Damit du nun, wenn du das Bhagavatam liest, in keine Katastrophe gerätst, vernimm, was ich dir sage. In jeder Weise wirst du im Anfang, in der Mitte und am Ende im Bhagavatam nichts anderes als Bhakti-Yoga erklären. Und im selben Augenblick werden dein Herz und deine Sinne wirklich Freude haben. Alle Shastras sprechen im Grunde von nichts als Krishna-Bhakti und insbesondere das Bhagavatam besteht ganz aus Krishna-Rasa. Gehe dahin, studiere und erkläre und hilf allen, den Nektar der Bhakti zu Krishna zu verstehen. Fußnote 524 Das Bhagavatam ist im Sinne seiner eigenen Aussagen und der Aussagen anderer Puranas und der Quellschriften der Chaitanya-Schule Krishna selbst. Ewige Rasa-Gestalt hat keinen Dichter. Es wird in Bhakti-Yoga empfangen, leuchtet auf, ohne sich selbst zu verändern. Es ist ewig, so wie die Sonne aufgeht und untergeht, ohne sich zu verändern. Es ist ewig. Es macht sein Dasein bekannt, dann ist es da. Es wird unsichtbar und auch dann ist es da, so wie es schon vor seinem Bekanntwerden da war. Das Bhagavatam lehrt bloß deshalb auch noch andere Wege, um zu zeigen, dass Karma, Jhana und Yoga nichts sind im Vergleich zu reiner Bhakti. Devananda fiel vor Prabhu nieder, umfasste seine Füße und ging fort, sich sehr glücklich schätzend. Der König Hussein Shah ließ seinen Minister Keshavakan rufen. Denn obgleich er ein grausamer Mohamedaner war, so versetzte ihn dieser Sannyasi doch in Erstaunen. Er fragte den Minister, einen Hindu, wer dieser unerhörte Sannyasi sei, dem so viele Menschen zuströmten, warum er in sein Land kam und so weiter. Doch Keshavakan, ein edler Mann, war besorgt und sagte, es sei ein ganz gewöhnlicher Sannyasi von Goswami, in Klammer Gott, sei gar keine Rede. Ein armer Sannyasi, ein Fremder, der bettelt und am Fuß von Bäumen haust. Doch der König widersprach seinem Minister. Es gefalle ihm nicht, dass er ihn einen armen Bettler nenne. Denn er sei dasselbe, den die Hindus Krishna und die Mohamedaner Khoda nennen. Niemand sonst. Denn wenn er, der König, seinen Beamten sechs Monate lang keine Gehälter auszahle, dann sei es aus mit ihrer Treue. Doch dieser Sannyasi könne niemanden, auch nur das Geringste geben. Und doch seien die Leute eifrig und dienen ihm. Es ist natürlich, dass die Leute in meinem Reiche meine Befehle ausführen. Doch er ist ein Fremder und doch gehorchen ihm hier in meinem Lande die Leute. Er muss also Ishvara sein. Und solch einen Ishvara darfst du keineswegs einen armen Bettler nennen. Und der König gab den strengen Befehl, dass niemand ihn in irgendeiner Weise stören dürfe. Er dürfe sich aufhalten, wo er wolle, und sich seinen Shastras gemäß verhalten und mit seinen Leuten nach belieben Kirtan tun. Wenn irgendein Kaji oder Polizeioffizier irgendetwas einwende, dann wolle er diesen umbringen lassen. Derselbe Hussein Shah, der in Orissa die Bildgestalten der Devas und die Tempel niederbrach, selbst dieser zollte dem Gaurachandra seine Achtung. Die edlen Leute freuten sich, als sie hörten, was der König gesagt hatte. Und sie setzten sich zusammen und überlegten, was zu tun sei. Der mohammedanische König sei von Natur ein Zerstörer der Welt, dessen Finsternis sich fortwährend steigere. In Orissa richtete er viel Unheil an. Millionen von Tempeln, Schreinen, Bildgestalten ließ er entheiligen und niederbrechen. Und da sei immer die Gefahr, dass seine Berater ihn anstiften, etwas Schreckliches zu tun. Es sei möglich, dass der König plötzlich verlange, den Goswami vor ihn zu bringen und zur Rede zu stellen, weshalb er sich denn in Ramakili so nahe dem Aufenthaltsort des Königs zu schaffen mache. Ein Mann kommt mit einer geheimen Botschaft, dass die edlen Leute besorgt seien und dass es ratsam sei, dass er Ramakili verlasse. Chaitanyas Gefährten sind sehr besorgt, doch finden sie keine Gelegenheit, dem Prabhu eine Mitteilung zu machen. Er singt nur immer, »Sag Hari! Sag Hari!« und reckt die Arme in die Höhe und um ihn herum sind die Menschenmassen, die in die Hände schlagen und »Hari!« rufen. Doch Sajinandana, der innere Lenker, wusste, dass die Bhaktas um seine Dwillen besorgt waren und ein wenig lachend offenbarte Prabhu Bewusstsein der Außenwelt und wischte die Maja fort und sagte, »Ich weiß, dass ihr euch fürchtet, dass der König mich zu sich bringen lässt.« Meint ihr etwa, dass der König mich rufen lassen kann, es sei denn, ich lasse mich durch seinen Mund rufen? Meint ihr etwa, dass der König überhaupt die Shakti hat, mich zu sehen? Die Veden forschen mir nach und finden mich nicht. Die göttlichen Seher, die Vollkommenen, die Puranas, das Mahabharatam suchen nach mir. Doch keiner vermochte mich zu sehen. Mein Avatar werden erfolgt mit dem Einsetzen des Sankirtan und ich werde die ganze gefallene Wandelwelt erretten. Diejenigen, die mich in keiner Weise anerkennen wollen, die Dämonen und die Muhammedaner, sie alle werden in diesem Weltalter bei meinem bloßen Namen weinen. Allen unberührbaren, bösen, wilden, schudras, allen denjenigen, die ganz niedrig und erbärmlich sind, gebe ich in diesem Weltalter den Bhakti-Yoga, den die Devas, Monis und Siddhas bloß begehren können, ohne ihn zu erlangen. Doch alle, die sich gegen meine Bhaktas versündigen, in Stolz auf Wissen, Reichtum, Abstammung, Erkenntnis des Atmer oder Askese, alle diese werden leer ausgehen. In all den vielen Ländern und Orten, die es auf Erden gibt, überall wird mein Name verbreitet werden. Ajyut Ananda Im Ananda seiner selbst blieb er einige Tage am Ufer der Ganga. Dann ging er zum Hause des Advaita. An diesem Tage war ein Sannyasi, ein sehr guter Sannyasi, in Advaitas Haus gekommen. Der Sannyasi blickte Advaita an und zögerte etwas. Advaita begrüßte ihn ehrbietig, gab ihm eine Matte zum Sitzen und bat ihn zu essen. Doch der Sannyasi bat nicht um Speise, sondern bat ihn, ihm eine ganz andere Bettelgabe zu geben. Advaita bat, erst zu essen, dann um die andere Gabe zu bitten. Doch der Sannyasi stellte zuerst seine Frage. Was ist die Beziehung zwischen Kesha-Vabharati und Chaitanya? Die Frage macht den Advaita sehr nachdenklich. Es gibt nämlich zwei Seiten dieses Problems. Die äußerliche, die weltliche Beziehung und die höchste Beziehung. Obgleich der allmächtige Gott weder Vater noch Mutter hat, so wird er doch als Sohn der Devaki besungen. Und im höchsten Sinn hat er keinen Guru. Doch ist es gut, schon von vornherein vom höchsten Sinn zu reden? Ich will erst einmal von der scheinbaren Beziehung reden. Und wohl überlegend, was er antworten solle, sagt Advaita. Kesha-Vabharati ist Chaitanyas Guru. Doch was ist der Grund deiner Frage? Er hat es kaum ausgesprochen, als sein fünfjähriger Sohn, lieblich nackt, vom Spiel mit Staub bedeckt, hereinstürmt. Er ist alles wissend, ein großer Bhaktar und mit aller Shakti begabt. Als er hört, dass Chaitanya einen Guru hat, wird er zornig und sagt ein wenig lachend, Vater, was hast du da gesagt? Chaitanya hat einen Guru? Hast du das bedacht? Oh, welche Verwegenheit! Wie konntest du das überhaupt aussprechen? Wahrlich, wenn deine Zunge so etwas aussprechen kann, da erkenne ich, dass das Kali-Yoga angebrochen ist. Oder ist es die Maya Chaitanyas, der man kaum entgehen kann und die selbst Brahma, Shiva und andere betört? Sie hat dich betört. Er, von dem alles Wissen stammt, kann dir, sage es selbst, Vater, überhaupt einen Guru haben? Du bist doch mein Vater und ich will doch von dir lernen. Warum sagst du das Gegenteil der Wahrheit, nämlich, dass er einen Guru habe? Da schwieg Adjyut Ananda. Sein Vater war voll höchstem Glück, nahm seinen Knaben in den Schoß und begoss ihn mit seinen Tränen. Adjyut Ananda. Ich bin doch dein Kind und ich belehre dich. Vergib mir, Vater, mein Vergehen. Ich will es nicht wieder tun. Adveita war sehr verwundert, nahm den Knaben in seine Arme und vergaß alles andere. Er nimmt den Staub vom Leib des Knaben und im höchstem Ananda reibt er ihn auf seinen eigenen Leib. Und dann tanzt er und schlägt mit den Armen den Takt und ruft. Ein ewiger Begleiter Chaitanyas wurde in meinem Hause geboren. Und während er überwältigt ist von der Größe seines eigenen Sohns, kommt gerade Gaurasundara mit seinen ewigen Gefährten in Adveitas Haus. Adveita wirft sich ehrfürchtig zu seinen Füßen nieder, ruft, Hari, brüllt laut und in höchstem Ananda vergisst er seinen eigenen Leib. Die Frauen des Hauses rufen, Sieg, das ganze Haus ist voller Ananda. Fußnote 525 Advaitas jüngster Sohn, Adjyudhananda, wurde später der Schüler von Gadathara und setzte die Guru-Linie fort. Die Mutter Saji ist in Gedanken an Krishna versunken, als der Bote Advaitas aus Shantipura kommt und ihr aufträgt, sofort nach Shantipur zu gehen, da Gaurasundara dort angelangt sei. Und sofort macht sich die Ai mit dem Parisada Gangadasa Pandit, der dem Prabhu so lieb ist, nach Shantipur auf. Sobald die Ai ankommt, fällt Prabhu der Mutter zu Füßen, umwandelt sie er erbietig und preist sie. Du bist die Mutter der Welt. Du bist Vishnu Bhakti in Gestalt. Du bist die Shakti, aus der alles Seiende stammt. Du bist die Ganga, Devaki, Yashoda, Devahuti. Du bist Prishni, Anasuya, Kaushalya, Aditi. Alles stammt aus dir, wird durch dich erhalten, geht in dich zurück. Du wohnst in den Herzen aller. Abermals wirft sich Prabhu, welcher der Gipfel der ewigen Pflichterfüllung ist, verehrend vor der Mutter nieder. Niemand außer Krishnas selbst hat die Shakti solche Bhakti zu Vater, Mutter und Guru zu haben. Die Ai sieht ihn und ist versteinert in höchstem Glück, während er von Neuem ein Preislied singt. Du hast für mich gesorgt und mich behütet. Es ist über meiner Kraft, es gut zu machen. Von Minute zu Minute hast du mir Sneha erwiesen. Deine eigene edle Natur muss sich selbst belohnen. Ich vermag es nicht. Sachi kocht für ihn. Er umwandelt die Speisen und isst die Baktas um ihn herum. Der Herr Waikuntas isst. Die glückliche Ai schaut zu. Und jedes und alles, was die Ai bereitet, isst er. Insbesondere den sehr glücklichen Spinat isst er. Immer wieder und wieder. Fußnote 526 Glücklich sein ist Anteil am Dienendürfen. Die Spinate dienen ihm, sind also glücklich. Chaitanya Bhagavata Shishakanta 5 Nach ein paar Tagen in Advaitas Haus ging der Held von Vaikuntha nach Kumara Hatha zum Haus des Srivars. Eines Tages saß er mit Srivars allein und besprach ein paar praktische Dinge mit ihm. Bravo, ich sehe, dass du nirgends hingehst. Wie wirst du die Ausgaben deines Haushaltes bestreiten? Wie bestreitest du sie jetzt? Wenn nichts kommt, was willst du dann machen? Srivars Eins, zwei, drei Und er schlägt dreimal in seine Hände. Bravo, du machst eins, zwei, drei und schlägst in die Hände? Ich verstehe das nicht. Srivars Ich habe mir vorgenommen, wenn ich drei Tage lang nichts zu essen habe, dann werde ich einen großen Krug um den Hals binden und in die Ganga gehen. Da sprang Bravo auf und brüllte Hummkara und sagte Was redest du, Srivars? Aus Mangel an Reis, Fasten? Du? Und selbst wenn Lakshmi, die Götzin des Reichtums, je betteln müsste, in deinem Hause wird nie Armut herrschen. Ich habe es selbst im Gita Shastra gesagt. Hast du es etwa vergessen? Fußnote 527 Vergleiche Gita 9.22 Dann rief er den Ramai Pandit und sagte Hör zu, Ramai Pandit. Es ist meine Anordnung, dass du deinem älteren Bruder Srivas dienen wirst, wie du Ishvara selbst dienen würdest. Du, Sri Ramai Pandit, bist mir genauso lieb wie mein eigenes Leben. Höre nie auf, dem Srivas zu dienen. Noch heute kommt durch Chaitanya's Gnade alles wie im Spiel, in Klammer lila, zu Srivasas Tür. Fußnote 528 Diese Worte bedeuten, dass Srivas noch am Leben war, als der Enkel seines Bruders, das Chaitanya Bhagavata, schrieb. Chaitanya Charit Amrita Madhya Lila 16.220-242 In Shantipur im Hause Advaitas traf Chaitanya abermals den jungen Ragunat, der bald darauf einer seiner vertrautesten Jünger wurde. Raghunats Vater, Govardhan, und dessen Bruder, Hiranya, waren unermesslich reich und große Wohltäter der Vaischnavas von Navadvib. Govardhan's Sohn ist Raghunats Das. Er war von Kindheit an gleichgültig gegen allen Luxus. Schon als Prabhu Sanyas nahm und nach Shantipur kam, traf Ragunat mit Prabhu zusammen. In Brema versunken, fiel er vor Prabhu nieder, und Prabhu berührte ihn aus Barmherzigkeit mit seinen Füßen. Sein Vater, Govardhan, hatte immer Advaita Acharya gedient, und deshalb war der Acharya dem Ragunat wohl geneigt. Durch Advaitas Gnade erhielt Ragunat die Überreste von Prabhus Mahlzeit und sah die Lotuse der Füße Prabhus fünf bis sechs Mal. Prabhu verabschiedete ihn und ging nach Nilachala. Ragunat ging nach Hause und war in Brema wie ein Irrer. Er lief immer wieder vom Hause fort, um nach Nilatri in Klamapuri zu gehen. Der Vater ließ ihn zurückbringen und binden. Zwei Wächter bewachten ihn Tag und Nacht, und vier Diener und zwei Brahmanen blieben bei ihm. Diese bewachten den Ragunat dauernd, und traurigen Herzens konnte er nicht nach Nilachala gehen. Als Mahabrabhu diesmal nach Shantipur kam und Ragunat es hörte, bat er den Vater, Erlaube mir, dass ich Prabhus Füße sehen darf, denn sonst bleibt das Leben nicht in meinem Leib. Der Vater schickte ihn mit vielen Leuten und Sachen und sagte, komm schnell zurück. Sieben Tage blieb er bei Prabhu in Shantipur und dachte Tag und Nacht nur an eines. Wie soll ich aus den Händen der Wächter loskommen? Und wie kann ich nach Nilachala gehen? Gauranga Prabhu, der Allwissende, wusste, was in ihm vorging, und ermutigte ihn in Form einer Unterweisung. Sei beruhigt, gehe nach Hause und sei kein Narr. Die Menschen kommen schrittweise durch den Ozean der Wandelwelt. Übe keine Entsagung, um sie anderen zu zeigen. In Klammer wörtlich Markata Vairagia, Affenentsagung. Genieße das, was sich ziemt, ohne daran anzuhaften. Sei im Herzen in Krishna gegründet. Nach außen hin, benimm dich wie die Leute. In Klammer, sodass niemand sieht, was in dir vorgeht. Und Krishna wird dich in Kürze erretten. In Klammer, die Eltern werden die Wache einziehen und du wirst entkommen können. Wenn ich aus Vrindavan zurückkehre und nach Nilachala gehe, dann komm unter irgendeinem Vorwand dorthin. Krishna wird dir dann irgendeinen Vorwand aufleuchten lassen. Vermag jemand, den festzuhalten, der die Gnade Krishnas hat? Mahabrabhu verabschiedete ihn. Raghunath ging nach Hause und tat, was Prabhu ihn angewiesen hatte. Er gab es auf, äußerlich zu zeigen, dass ihm die Welt farblos geworden war. Und er gab alle seine Narrheiten auf, erfüllte seine Pflichten, wie es sich ziemt, ohne anhaften. Die Eltern freuten sich sehr und die Bewachung wurde gelockert. Murari Gupta 3.18.1-14 Sanatana und Rupa Er setzte seine Füße auf ihre Häupter und sagte, Mit meiner Gnade werdet ihr die vergessenen heiligen Städten und Vrindavan wieder sichtbar machen. Sanatana Im lieblichen Vrindavan spielt Sri Krishna ewiglich seine Lila mit Radha, von Menschen gar nicht zu reden. Auch für Yogis, Siddhas, Devas ist das wahre Vrindavan immer da unzugänglich. Mit einer Schar von Leuten willst du nach dem einsamen Vrindavan gehen. Liegt darin Freude? Wenn du mit dem Schwärz deiner Gnade die Fesseln des Ministerpostens durchschneidest, mich bei dir hältst und Shakti auf mich überträgst, dann, o Krishna, will ich tun, was zu tun ist. Prabhu sagte lächelnd, Krishna wird immer da deinen Wunsch erfüllen. In der Nacht dachte er über Sanatanas Worte nach. Durch Sanatanas Mund hat Madhava, Krishna, gesprochen. Das einsame Vrindavan und viele Leute mitnehmen. Nein, ich werde nach Süden, nach Puri gehen und später allein nach Vraj wandern. Prabhu kehrt nach Puri zurück und bleibt dort auf Gadataras Bitten über die vier Monate der Regenzeit. Rupa und Sanatana, die hier zum ersten Mal erwähnt werden, sind hervorragende Schüler Chaitanyas. Sie stammen aus einer fürstlichen Brahmanenfamilie aus Kerala in Südindien, die, wie es häufig in dieser Zeit geschah, eingeladen wurde, sich in Bengalen niederzulassen, wo der Brahmanismus im Niedergang war. Beide, wie auch ihr jüngerer Bruder Anupama, waren große Bhaktas. Im Traum hatte Sanatana als Kind das Bhagavatam vor sich gesehen. Am nächsten Tag schenkte ihm der Vater ein Exemplar. Aus wirtschaftlichen Gründen nahmen beide Brüder das Angebot des mohammedanischen Königs an, Minister zu werden. In dieser Zeit der Unterdrückung war es wichtig, dass Hindus solche einflussreiche Ämter übernahmen und die Verfolgung mildern konnten. Sanatanas und Rupas offizielle Namen als Minister waren Saqqara Malik und Davir Kaas. Obwohl beide keine Mohamedaner waren, fühlten sie sich aufgrund ihrer Gemeinschaft mit diesen als Kastenloser. Bei Bhaktas bezieht sich die Kastenzugehörigkeit im Einklang mit dem Mahabharatam und so weiter nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf Charaktereigenschaften, Guna und Tätigkeit, Karma. Die historischen Daten über die Familie Rupas und Sanatanas finden sich am Ende der Vaishnava Toshini, dem Kommentar von Shiva Goswami zum zehnten Buche des Bhagavatam. Shiva war der Sohn von Anupama und Neffe von Rupa und Sanatana.